Hells Angels leben gefährlich und die schlimmsten Feinde lauern in den eigenen Reihen. Ich versuche diese Situation einfach zu verdrängen, meinen normalen Tagesablauf zu absolvieren. Seit Jahren tobt ein Generationen- und Kulturkampf bei den Angels. Wie wollen Sie denn mal sterben? Ich hoffe, ich sterbe gar nicht. Ich verlangt, dass jemand auf mich schießt. Einen Monat später wird dieser Rocker tot sein. Auch die Bosse fürchten um ihre Macht. Haben Sie einen Mord beauftragt? Mit Sicherheit nicht. Das ist eine riesige Liegengeschichte. Hannover ist lange die heimliche Hauptstadt der Hells Angels in Deutschland. Jahrelang beherrscht Frank Hanebutt das lokale Amüsierviertel und schafft es bis weit in die Mitte der bürgerlichen Gesellschaft. Als der bekannteste Hells Angel im Sommer 2017 vor den Toren Hannovers heiratet, hat das Ganze Volksfestcharakter. Der ehemalige Profiboxer Frank Hanebutt ist die schillerndste Figur der Hells Angels. Mit seiner Gang im Rücken hat er ein Imperium aus Kneipen, Puffs und Sportstudios aufgebaut. Gleichzeitig hat er beste Kontakte in die bürgerliche Gesellschaft. Hanebutt kann Gosse und Gourmet. Das schaffen nur ganz wenige aus dem Milieu. Doch die Rocker-Szene hat sich in den vergangenen Jahren radikal verändert. Und diese Entwicklung hat auch Frank Hanebutt nicht unbeschadet überstanden. Frank Hanebutt ist auf jeden Fall ein Ausfängeschild des Clubs. Das ist ohne Zweifel in Deutschland das bekannteste Mitglied. Hanebutt ist die Schnittstelle zwischen Milieu und Bürgerlichkeit. Bei Geburtstagen feiert sein Anwalt Götz von Promberg mit. Der war auch Trauzeuge von Gerhard Schröder. Hanebutt erschafft eine Hells Angels Erlebniswelt mit eigenem Bier, eigenen Zigaretten und Harley-Sound. Er avanciert zum Bürgermeister fürs Nachtleben. Zu den Festen im Rotlichtviertel strömen Zehntausende, gesponsert von Becks und Bild-Zeitung, genehmigt von der Stadt. Die Polizei kann da nur machtlos zuschauen. Eine gewisse Rolle spielte sicherlich, dass wir hier eben konkret keine Straftaten besonderer Art nachweisen konnten. Er hat sich hier auch wirtschaftlich ganz stark etabliert. Und insofern war es dann schwierig, ihn hier zurückzudrängen. Als 2007 der Rockerkrieg mit den Bandidos einer konkurrierenden Motorradgang begann, geriet auch Hanebutt ins Visier der Ermittler. Die Hells Angels rekrutierten damals viele junge Männer, um die eigene Schlagkraft schnell zu erhöhen. Das sollte sich für Hanebutt rächen. Einer dieser sogenannten Supporter, der Kieler Steffen R., packt als Kronzeuge aus, um seine eigene Strafe wegen Menschenhandels zu verringern. Angeblich sei in einer Kfz-Werkstatt der verschwundene Türke Tekin B. von den Hells Angels gefoltert und schließlich brutal exekutiert worden. Haben Sie einen Mord beauftragt? Mit Sicherheit nicht. Das ist eine riesen Lügengeschichte. Der Kronzeuge bekommt Strafnachlass, obwohl die Polizei keine Belege für seine Aussagen findet. Später stellt sich heraus, dass der Mann unzuverlässig war. Andere Polizeibehörden hatten davor im Vorfeld schon gewarnt. Bei einer Razzia auf Hanebutts Anwesen erschießt die GSG 9 dessen Hund. Man hätte da nicht mehr der GSG 9 kommen brauchen. Die Kriminalisten wissen auch aus Hannover, dass ich mir jede Verantwortung stelle, wenn irgendwas ist, wenn was vorliegt. Es reicht, wenn man da klingelt. Ich komme raus und stelle mich mal in der Verantwortung. 2013 zieht er von Hannover nach Mallorca, will sich dort ein neues berufliches Standbein aufbauen. Doch schon kurz nach seiner Ankunft wird er auf der Finger eines Freundes von der spanischen Polizei verhaftet. Die Vorwürfe reichen von Drogenhandel, über Geldwäsche bis zu Prostitutionen. Hanebutt wandert in U-Haft. Er hinterlässt ein Machtvakuum bei den Angels in Deutschland. Drei Jahre ermitteln die spanischen Behörden, doch die Ergebnisse reichen nicht aus, um Hanebutt anzuklagen. Im September 2016 darf er für eine Woche nach Hannover reisen. Sein 52. Geburtstag steht kurz bevor. An seinem 50. saß er noch in einem spanischen Hochsicherheitsgefängnis. Schön, wieder zu Hause zu sein. Wir machen das schon. Heute gehen wir Vollgas. Heute ist Geburtstag. Vollgas. Ausnahmezustand. Alles, was geht. Dann gehen wir weiter. Im Steintorviertel wird Frank Hanebutt von hunderten Höllenengeln, Freunden und Geschäftspartnern empfangen. Es ist auch eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Hier hat der Lehrersohn als Kneipenwirt vor über 30 Jahren angefangen und sich an die Spitze der europäischen Hells Angels geboxt. Der Machtkampf in der Bikerszene geht in die nächste Runde. André Sommer, ehemaliger Hooligan aus Ost-Berlin, erfährt am eigenen Leib, dass es in Rocker-Bruderschaften oft wenig brüderlich zugeht. An Hessen Engel bedeutet er für mich, sagen wir mal, ein freiheitlicher Rebell. Aber selbstverständlich provoziert und schockiert man in einer gut bürgerlichen Gesellschaft mit solcherlei Auftreten. Sein Präsident ist damals einer der mächtigsten Höllenengel überhaupt. Holger Rossen, Spitzname Hocko. 2008 wird er aus dem Club ausgeschlossen, weil er Geld unterschlagen haben soll. Bossen wollte zurück in den Club und André Sommer wollte das verhindern. Hocko soll den Club bestohlen haben. Ist er deswegen rausgeflogen? Es gibt kein Kommentar. Am 10. Juni 2012 ist ein Killer, bewaffnet mit einer Sig Sauer Kaliber 9mm, auf dem Weg in die Zingsterstraße im Ost-Berliner Stadtteil Hohenschönhausen. Hier hat der Rocker-Präsident immer sein Motorrad geparkt. Aus dem Gebüsch tritt Oleg Charkassov, ein 36-jähriger Ukrainer, und schießt. Der erste Schuss verfehlt das Herz nur um einen halben Zentimeter und verletzt den Herzbeutel. Weitere Schüsse in den Brustkorb durchschlagen den zweieinhalb Zentner Mann. Die körperliche Schockreaktion bleibt aus. Sommer ist immer noch bei Bewusstsein und hat wieder Glück. Die zahlreichen großen Blutgefäße sind unverletzt. Der nächste, lebensgefährliche Schuss trifft ihn in den Bauch und in die Leber. Das Projektil verfehlt die Bauchschlagader um zwei Zentimeter. Der wahrscheinlich letzte Schuss trifft den schwer Verletzten in den zwölften Brustwirbelkörper. Ein Zentimeter weiter und das Rückenmark wäre durchtrennt gewesen. Die Folge Querschnittslähmung. Hinter dem Mordanschlag stecken Holger Bossen und Michael W., Spitzname Russenmicher. Gegenüber Ermittlern räumt Bossen den Tatvorwurf ein. Angeblich sollte Sommer nur ein Denkzettel verpasst werden. Holger Bossen wird wegen versuchter Anstiftung zum Mord zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Seit ungefähr zehn Jahren strömen viele Männer mit Migrationshintergrund zu den Hells Angels. Bei den Frankfurter Höllenengeln ist der Türke Aygün Mutschuk eines der ersten Mitglieder mit ausländischen Wurzeln. Anführer der Frankfurter Angels ist ein Mann, der es im Milieu mit einer Mischung aus Bauernschleue und Skrupellosigkeit zum Millionär gebracht haben soll. Sein Name? Walter Burkhardt. Wegen seiner Vergangenheit als Metzger nur Schnitzel Walter genannt. 2014. Aygün Mutschuk hat unzufriedene Rocker um sich geschart. Er will seine eigenen Angels-Ableger eröffnen. Schnitzel Walter hat wohl anfangs nichts gegen Mutschuks Expansion. Doch dann werden Mutschuk lukrative Türsteherjobs für Bordelle und Szeneclubs entzogen. Es kommt zum Showdown am Frankfurter Katana-Club. 40 Männer, angeführt von Mutschuk, stürmen den Laden. Die Ermittlungen der Polizei ergeben, einer von Schnitzelsleuten schießt auf Mutschuk, der nur mit Glück überlebt. Angels schießen auf Angels. Ein bisher einmaliger Vorgang, aber angeblich alles ganz harmlos. In jeder großen Familie gibt es Streit. Und dann ist an der Tür auch streitbasiert. Mutschuks Macht fußt vor allem im Migrantenmilieu. Er hat neue Gangs wie die Osmanen oder die Guerilla Nation um sich gescharrt. Bei einer Boxveranstaltung in Offenbach präsentiert er öffentlich seine Verbündeten. Gute Leute sind mir immer gut gefreut, oder? Wir kennen die. Wir kennen momentan jeden. Diese Männer sind seine Lebensversicherung bei den Angels. Die Polizei nennt diese Truppen rockerähnliche Gruppierungen. Man kann die eigenen Truppen eben, sag ich mal, verstärken, zahlenmäßig und auch von der Präsenz auf der Straße, ohne im engeren Sinne sie als Member behandeln zu müssen mit allen damit verbundenen Regularien, nämlich Unterstützung eben für den Fall der Auseinandersetzung, der Verletzung, der Inhaftierung etc. Mutschuk ist auch Thema beim sogenannten World Run der Hells Angels. Im Jahr 2016 treffen sich in Warschau Hells Angels aus aller Welt. Die Rocker wollen beraten, wie es im Club weitergeht. Konkret wird auch über Aigün Mutschuk diskutiert, der mal wieder die Regeln gebrochen haben soll. Doch Mutschuk wird begnadigt, mal wieder. Nach seiner Begnadigung begrüßt er szenekundige Polizisten, obwohl das nach den Regeln der Rocker verboten ist. Es gibt eigentlich eine Rule. Keine Kommunikation mit der Polizei. Naja, die Rule ist ganz anders. Du musst sie besser lesen. Es sind solche Szenen, die die alten Herren bei den Hells Angels zum Kochen bringen. Mutschuk lässt sich einfach nicht disziplinieren, ignoriert die seit Jahrzehnten geltenden Regeln der Hells Angels. In Berlin besucht Mutschuk eine Beerdigung der neuen Gang Guerilla Nation. Dass sie den Berliner Hells Angels Konkurrenz macht, dass es sogar zu Auseinandersetzungen gekommen ist, stört Mutschuk wenig. Eigentlich darf sich Mutschuk als hessischer Höllenengel keine Unterstützer in Berlin suchen. Das stört die Interessen der Berliner Angels. Dennoch führt Mutschuk sogar den Trauermarsch an. 20 Minuten verbringt der Rocker-Boss auf dem Friedhof. Zeit genug, um selber über den Tod nachzudenken. Wie wollen Sie denn mal sterben? Ich hoffe, ich sterbe gar nicht. Solange mir der nicht jemand auf mich schießt. Seine Killer lauerten Mutschuk vor dem Rocker-Vereinsheim auf. Den 45-Jährigen trafen 17 Schüsse aus nächster Nähe. Bis heute ist der Mord unaufgeklärt.